Moin Leute, herzlich willkommen zurück zu diesem neuen Video und schön, dass ihr auch heute hier mit dabei seid. Heute geht es um die gottlosesten Parfumklone, die ich persönlich jemals gesehen habe. Und was ich damit meine, das werdet ihr ziemlich schnell feststellen, denn wir werden uns gleich diese Duftklone hier mal anschauen und ihr werdet merken, da ist auf jeden Fall so dreist kopiert worden, dass einem fast schon die Worte fehlen. Und ja, es geht um die Düfte von Maison Alhambra. Ihr habt das wahrscheinlich schon hier auf YouTube auch gesehen, weil der ein oder andere die Düfte tatsächlich auch hier schon in Videos gezeigt hat. Und wie es so ist, Leute, irgendwann wird man selber schwach. Und deshalb habe ich mir jetzt hier insgesamt zwei, vier, sechs, acht Düfte gekauft von Maison Alhambra. Und ich möchte euch gerne diese Düfte hier einmal kurz vorstellen und zeigen. Ich weiß nicht, wie die riechen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also es kann natürlich sein, dass die den Originalen sehr nahe kommen. Nicht nur in dem Ganzen drumherum, wie ihr gleich noch sehen werdet, sondern auch in dem Duft. Und deshalb möchte ich jetzt einfach heute drehen, um mit euch mal so ein bisschen zu erkunden, was da so wirklich hinter steckt. Und anfangen möchte ich gerne mit dem Duft, ich weiß nicht, welchen ich jetzt nehme. Wir nehmen einfach mal den hier mit dem Duft Infini Oud. Und da wird man natürlich direkt schon sehen, dass das hier so ein bisschen in Richtung Oud for Greatness geht. Ich muss sagen, ich habe für die Düfte alle, glaube ich, irgendwie jeweils 20 Euro bezahlt. Also es ist von einem Dupe-Level her auf jeden Fall sehr, sehr günstig. Und jetzt sieht man auch direkt schon, was ich mit gottlose Parfumklone meine, weil das von der Verpackung her wirklich so dreist kopiert ist, dass einem fast schon die Worte fehlen. Das wird tatsächlich bei den späteren Klonen auch noch ein bisschen deutlicher. Ja, das ist auf jeden Fall der Flakon. Ist so von der Gesamtverpackung her auf jeden Fall Hardcore-Klonik. Da ist auch so eine Goldplakette noch irgendwie draufgedruckt. Das ist natürlich alles Plastik, ja. Das muss man natürlich sagen, bis auf die Kappe. Die hat, glaube ich, so ein bisschen Metall mit drin, weil die ist relativ schwer, aber ist trotzdem relativ viel Plastik. Der Flakon in demselben Stil gehalten natürlich mit diesem matten Glas, was da irgendwie gemacht wurde. Ich glaube aber, dass das tatsächlich irgendwie beschichtet worden ist. Naja, soll mich jetzt nicht groß interessieren. Wir testen direkt mal rein, wie das Ganze riecht und ob das Ganze dem Oud for Greatness nahe kommt. Und ich würde sagen, ja, überraschenderweise ist das tatsächlich sehr, sehr gut. Ja, ich habe ja gerade ein Video über Klone gedreht, dass ich sowas selber niemals tragen würde. Aber ich muss sagen, so von dem Charakter her, den das Ganze widerspiegelt, ist das schon jetzt so auf den ersten Riecher wirklich sehr, sehr nah dran. Was mir persönlich gut gefällt, ist das, was man häufig bei Klonen einfach bekommt, ist so dieses extrem scharfe, synthetische oder das irgendwas nicht 100% matcht. Das habe ich jetzt hier am Anfang nicht. Das war zwar am Anfang, beim Aufsprühen war es kurz irgendwie so ein bisschen bitter, aber das ist tatsächlich von dieser Süße und Rundheit her, ist das schon sehr, sehr gut, muss ich sagen, und kommt schon sehr nah dem Original ran. Ja, Oud for Greatness für mich noch ein bisschen mehr auf Fokus Safran, ein bisschen feinschichtiger, transparenter. Aber das ist schon wirklich ganz gut getroffen dafür, dass es halt 20 Euro kostet. Ja, wir wissen, dass Klone da teilweise wirklich sehr, sehr nah dran kommen. Das Nächste, jetzt nehmen wir uns hier mal so einen Tom Ford, genau, das Nächste ist der Woody Oud. Ja, also, dass die dafür, mal jetzt im Ernst, ich werde jetzt auch mal natürlich die Flakons jeweils einblenden von den Originalen, dass die dafür sich nicht längst eine Klage eingefangen haben, ist ehrlich gesagt ein Wunder, finde ich. Vor allen Dingen so in diesem Luxusbereich müsste es doch, oh Gott, Alter, ihr werdet euch, ihr werdet euch echt, guckt euch das mal an, ey. Man muss natürlich sagen, jetzt vor allen Dingen bei den Tom Ford Düften, das ist ja wirklich fast die Tom Ford Qualität, die ja keine besonders gute ist, muss man sagen. Also Plastikkappe mit Metallplakette eingelegt und dann hier so eine Plakette. Ich glaube, die Plakette ist sogar in einer besseren Qualität als von Tom Ford, weil das ist so eine 3D-Druckgeschichte und bei Tom Ford ist es nur so ein bisschen Papier. Ich muss sagen, das ist wirklich bei Tom Ford natürlich jetzt witzig, weil die Qualität der Flakons nicht besonders gut ist, aber das sah nicht irgendwie mal jemand mit einem Designschutz oder so ankommend. Hat mich persönlich schon stark gewundert, dass es wirklich so dreist kopiert worden ist, weil die meisten machen sich ja zumindest noch die Mühe, irgendwie die Namen abzuändern und irgendwie da sich was einfallen zu lassen, dass es eben nicht ganz so ersichtlich ist, wem das nachempfunden ist. Aber ja, das ist natürlich schon irgendwie sehr krass, dass das so in dieser Form jetzt hier rauskommt. Gut, was ich sagen muss, Tom Ford, Ute Wood, ist ehrlich gesagt, da merkt man schon so ein bisschen, dass es wirklich von weg geht. Also, weil bei Ute Wood ist ja das Thema, dass die meisten das auch einfach, muss man ganz ehrlich sagen, nicht hinkriegen, weil es meistens irgendwie schärfer wirkt oder irgendwie so eine andere Note mit drin ist, weil dieser Akkord von Ute Wood so schwer zu kopieren ist scheinbar. Wahrscheinlich, weil er auch vielleicht nicht mit besonders vielen natürlichen Inhaltsstoffen arbeitet, will ich jetzt mal gar nicht so wirklich in Frage stellen. Aber das ist auf jeden Fall hier nochmal wirklich deutlich anders gemacht als bei dem Ute Wood tatsächlich. Ich finde, er ist deutlich intensiver. Das hatte ich das Gefühl bei dem Infini Wood, der war deutlich süßer. Ich glaube, dass das da auch nicht so stark auffällt, weil man den vielleicht eher auch mit einem süßen Duft verbindet, auch wenn natürlich das Original da nochmal deutlich vielschichtiger, transparenter ist und vor allen Dingen auch ein bisschen weniger von diesem extrem süßen hat. Aber das hilft dem Duft. Der Infini Wood ist übrigens auch ein bisschen rauchriger, fällt mir gerade so auf, als der Originale. Und hier ist es so, da fällt das aber wirklich schon sehr, sehr stark ins Gewicht. Das ist deutlich, deutlich, deutlich intensiver von dieser Basisnote her und hat deshalb auch so eine gewisse Bitterkeit, würde ich sagen, in dem Duft, die eigentlich bei Tom Ford Ute Wood sehr stark zurückgefahren ist. Die ist da auch drin, aber halt nicht so stark. Und ich finde, dass das hier auf jeden Fall deutlich ins Gewicht fällt. Jetzt wäre natürlich spannend zu wissen, das kann ich euch jetzt nicht beantworten, weil das so mein erster Eindruck ist, ob die Sachen auch länger halten tatsächlich. Das könnte ich mir vorstellen, dass der hier vielleicht ein bisschen länger hält. Aber von der DNA her merkt man schon, klar, es ist in die Richtung, aber es ist jetzt nicht wirklich 100% dem Ute Wood nachempfunden. So, dann komme ich mal zu meinem persönlichen Favoriten von der Namensgebung und von der Verpackung her. Und da, das ist auch ehrlich gesagt der Grund gewesen, warum ich gesagt habe, ich muss die Dinger echt mal im Video zeigen, weil da fallen einem wirklich die Augen aus dem Kopf. Das ist nämlich der Layden, aber nicht so geschrieben, wie ihr das kennt, sondern tatsächlich Layden. Und da habe ich mir wirklich gedacht, Freunde, also das kann ja eigentlich nicht sein. Also ich bin da wirklich auch, ich wiederhole mich jetzt hier, ich weiß das auch, aber ich bin da wirklich ein bisschen sprachlos. Und da fehlen einem wirklich die Worte. Also Layden, natürlich Original, Layton von Parfums de Malie. Vielleicht finde ich auch die Originalverpackung und kann ihn mal einblenden. Der Flakon an sich hier an dieser Stelle witzigerweise mit einer Quietschekappe und nicht so dem Layton nachempfunden. Wahrscheinlich aus genau diesem Grund, dass die Verpackung original schon so aussieht. Aber das hier ist natürlich schon etwas anders. Ja, und soll aber natürlich den Layton, schätze ich mal, nachbilden. Das hier ist übrigens eine reine Plastikkappe, also nicht wie bei Layton vom Flakon her so original schwer. Ich finde allgemein den Flakon hier tatsächlich am schlechtesten. Also der Woody Oud war noch so am nächsten dran von dem, was man so vom Original kennt. Was, wie gesagt, daran liegt, dass Tom Ford einfach eine räudige Flakonqualität hat. Und hier ist es so, ja, gut, das hat nicht wirklich viel mit Layton zu tun. Ja, kann ich euch ganz ehrlich sagen. Für mich ist das meilenweit davon entfernt, sogar noch weiter als der Al Haramein-Klon, den ich hier mal hatte. Wie heißt er noch? Ihr wisst schon, mit diesem geschwungenen Flakon, diesen günstigen. Tatsächlich ist das, finde ich, gar nicht an Layton dran. Layton hat direkt von Anfang an diese wunderschöne Abpflegesüße. Hier ist es am Anfang an irgendwie, kommt nicht wirklich was. Und dann kommt so diese leicht Abpflegesüße rüber. Aber das ist nicht wirklich dem Layton nah, zum Glück, muss man sagen. Oder vielleicht auch gerade deshalb, weil die Verpackung so aussieht. Ich weiß es nicht, ob die da versuchen, vielleicht so ein stimmiges Gesamtbild zu schaffen, dass es eben dann doch nicht als Kopie gilt oder so. Keine Ahnung, wie die das machen. Aber es ist auf jeden Fall, ja, von der Qualität, also von dem Duft her wird es wirklich nicht nah dran, muss ich sagen. Gut, dann habe ich hier als nächstes den Afro-Leather. Das ist natürlich Memo Paris African Leather nachempfunden. Nichtsdestotrotz, der Flakon wirklich wieder mal komplett kopiert. Ja, also hier auch wieder, man sieht das Ding, Afro-Leather, Thema Memo Paris African Leather. Ich bin mal gespannt, ob der jetzt wieder ähnlich riecht oder ob es auch wieder so ein bisschen weiter davon weg ist. Eigentlich ganz spannend, hat ein bisschen einen frischeren Auftakt. Also ist, glaube ich, im Gesamten eher ein frischerer Duft als Memo Paris African Leather, der ja eher ein süßlicher, würziger Lederduft war. Jeder, der das schon mal getestet hat, wird wissen, dass es wirklich so ein super würziger Lederduft ist, wo man das Leder vielleicht auch erstmal gar nicht erkennt. Und dann durch diese Süße entsteht aber der Eindruck eines Leders. Und hier ist es so, dass es wirklich auch wieder ein bisschen weiter davon entfernt, genauso wie das bei Layton der Fall ist, würde ich persönlich jetzt wahrscheinlich eher nicht tragen. Also diese Layton-Geschichte und den Afro-Leather würde ich jetzt ehrlich gesagt nicht empfehlen zu bestellen, weil es einfach von der gesamten DNA her sehr, sehr weit von dem weg ist, was man eigentlich so als African Leather bzw. dann auch Layton identifizieren würde. Also der, wie gesagt, ein bisschen frischer, ein bisschen transparenter und dieses kernige, typische von Memo Paris African Leather, das fehlt mir hier so ein bisschen. Dann habe ich hier als nächstes den Loot von Dior quasi, ja, also wahrscheinlich irgendwas in Richtung Uth Ispahan von Christian Dior. Ich bin mir jetzt nicht sicher, wie ich das Ding hier aufbekomme. Bei den Dior-Dingern ist eigentlich immer etwas eingestanzt in die Folie, dass man das abbekommt. Hier scheinbar nicht, ja. Also muss ich das, glaube ich, dann einfach irgendwie hier, muss man das irgendwie hier wegkriegen. Ich weiß nicht, wie. Okay. Maison Alhambra, ey. Dass ich das nochmal, dass ich sowas hier mal testen würde, hätte ich auch nicht gedacht. Okay. Als nächstes, der ist übrigens auch ein bisschen, ein bisschen witziger verpackt hier, denn hier fällt schon alles auseinander, wie man sehen kann. Ja, also hier ist irgendwie noch so ein Ring, der das Ganze, glaube ich, fixieren soll. Ist aber irgendwie alles, ist das hier, ja, das fällt auseinander komplett. Seit die Verpackung, ja, dementsprechend natürlich auch wieder nicht 100% Dior, weil da steht es nur so ungefähr bis zur Hälfte drin und hier einfach mal fast komplett. Dennoch, der Flakon ist natürlich auch von der Farbe, von dem, was drin ist, hier, Ud Ispahan nachempfunden. Es hat sogar die, nee, es hat keine Magnetkappe tatsächlich, auch wenn es sich im ersten Moment so angefühlt hat. Und ja, das ist natürlich dann auch wieder genau das Thema. Ud Ispahan, für mich persönlich kein wirklicher Rose-Duft, ja. Also es ist ja eigentlich ein Rose-Ud-Duft, aber für mich persönlich war da eher so eine Jasmin-Note am Start. Und auch hier ist es so, der kommt tatsächlich dem ganz nah. Also war eigentlich zu erwarten, weil diese orientalen, das kriegen die natürlich sehr, sehr gut hin, diese orientalischen Dufthäuser. Nichtsdestotrotz ist hier für mich auch jetzt direkt am Anfang so eine fast schon sehr starke Moschus-Note mit drin. Das ist bei dem originalen Ud Ispahan nicht. Also der ist zwar auch animalisch, aber der ist nicht so in die Fresse animalisch. Ich finde, er hat eher so eine süßliche Animalik, die dem Ganzen zugrunde liegt. Und hier ist es wirklich, der haut also wirklich auf die Zehen. Also das könnte tatsächlich eine Alternative sein für alle diejenigen, die auf diese super orientalen stehen. Also wenn man sich jetzt in diesem Bereich wohlfühlt von Düften, die vielleicht auch ein bisschen mehr so Gas geben, was die Animalik angeht, dann könnte das hier tatsächlich was für euch sein. Nicht, weil es irgendwie ansatzweise so riecht wie Ud Ispahan. Es riecht schon ein bisschen so, aber es ist nicht als Kopie jetzt erkennbar. Trotzdem, wer sich das geben möchte und wer auf dieser Animalik steht, ich finde, das ist tatsächlich ein ganz schöner Duft so. Für einen Zwanni kann man das definitiv mal machen. Dann kann man sich das getrost mal anschauen, ja, weil den finde ich tatsächlich nicht so verkehrt. Klar, man muss jetzt die Verpackung irgendwie auch so ein bisschen außen vor lassen, weil... Das fällt doch echt alles auseinander hier, ne? Naja, aber trotzdem finde ich den ganz okay, ja. Und ein Fazit gibt es natürlich am Ende noch von den Düften, die ich hier tatsächlich am besten fand von diesen Kopien. Wir kommen jetzt gleich noch zu den letzten beiden und dann zu meinem Fazit. Dann möchte ich euch hier natürlich noch den allseits bekannten Klassiker Toscano Leather vorstellen. Ja, auch hier wieder erschreckend nahe an der Tom Ford Umverpackung dran, wo man mal, wo man wirklich mal sieht, für was die Leute teilweise 300 Euro ausgeben. Ja, das ist eigentlich, ist das wirklich eine Frechheit, das sage ich immer wieder. Aber auch hier Toscano Leather mit einer hochwertigeren Plakette aus Metall, ja, die auch noch geprägt ist und natürlich dem klassischen Tom Ford Plastikdeckel, wie wir das alle wissen. Und ja, Toscano Leather natürlich, klar, dem nachempfunden bin ich jetzt mal gespannt. Das ist ja so mit einer der am meisten kopierten Lüfte, zusammen mit Aventus und Oodwood. Deshalb könnte es hier auch sehr, sehr nah dran kommen. Das tut es, ja. Also wir kennen ja alle zum Beispiel den, ähm, diesen ganz, ganz berühmten Klon, ähm, La Yukawam, ja. Der war für mich Toscano Leather mit einer süßeren und frischeren Himbeere. Also Toscano Leather ist ja eine Himbeer-Leder-Komposition. Äh, und ja, und dieser, und dieser Klon von, ähm, dieser Klon von Rasasi war es, glaube ich, hatte mehr von dieser Himbeere. Daran konnte man das eigentlich immer ganz gut, ganz gut erkennen, unterscheiden. Hier ist aber tatsächlich das, was ich bei Toscano Leather so extrem mag, diese starke, starke, starke Ledernote, die auch wirklich wie so ein Brett fast schon ist, ist hier mehr drin. Ich würde sagen, der liegt von der DNA her so ein bisschen zwischen dem originalen Toscano Leather und dem La Yukawam. Das heißt, irgendwie so in der Mitte und eine ungeübte Nase wird das auf gar keinen Fall auseinanderhalten können, wenn man das jetzt nicht unbedingt kennt, ja. Das heißt, hier wirklich auch, finde ich, eine gute Alternative. Finde ich sehr, sehr toll und, ja, mein Fazit gibt es dann noch, wie gesagt, am Ende zu den Düften, die mir hier am besten gefallen haben. Gut, die letzten beiden, ja, ich habe hier noch einen Guerlain, das ist nämlich der Intense Leather, glaube ich, heißt der, oder Queer Intense, genau, Queer Intense. Und hier ist er eben Suede Intense, also Suede heißt ja auf Englisch tatsächlich, glaube ich, Velourleder und dementsprechend, ja, Queer auf Französisch Leder. Also man merkt, das kommt hier schon wieder, ist schon klar, dass das hier diesem Guerlain-Duft Queer Intense nachempfunden ist. Auch natürlich von der Flasche her, wo ich sagen muss, die ist auch wieder sehr, sehr nah dran am Original, auch tatsächlich mit einer Metallkappe. Das hätte ich nicht erwartet, aber ist sehr, sehr gut, fühlt sich insgesamt hochwertig an und Intense Leather oder Queer Intense, für mich persönlich ein Duft, der sehr, sehr, sehr polarisierend ist und wirklich was für Leute, die Lederfans sind, weil das wirklich so der Dampfhammer war, ne. Also es war echt Leder auf die Fresse, dunkel, intensiv und das wird, glaube ich, jetzt auch spannend, das mal zu riechen. Ich finde, es ist nicht ansatzweise so, aber es ist trotzdem gut, also es hat trotzdem, finde ich, einen schönen Lederakkord, der drunter liegt. Es hat aber mehr Süße, es ist leichter, es ist transparenter und der Zauber von diesem Queer Intense ist natürlich gar nicht da, ja. Weil das war wirklich intensivstes dunkles Leder, rauchig, dunkel, langanhaltend, intensiv auf die Fresse und das hier ist eher so, ja, irgendwie nix Halbes und nix Ganzes, ne. So ein süßlicher, so ein süßlicher Leder, leicht süßliche Lederkomposition, leichter, ja, an dem Duft ist nix intensiv, der ist trotzdem ganz schön, aber, ja, würde ich wahrscheinlich, glaube ich, auch eher, gucken wir mal, ob ich das lassen würde. Gut, am Ende dann noch den Brüllant Oud, ich glaube, das geht tatsächlich in Richtung von einem Amouage-Duft, es wird vielleicht der Jubilation 25 sein, ich kann es jetzt tatsächlich dieses Mal von der Verpackung her nicht sagen, es steht auch nichts wirklich drauf, ne. Also, Brüllant Oud, okay. Schauen wir mal, ob das hier in Richtung Amouage geht, ja, von der Verpackung her auf jeden Fall, also das hier würde ich sagen, ich hatte jetzt vermutet, dass es Jubilation 25 ist, weil es wirklich so von der gesamten, auch wieder eine Metallkappe, finde ich krass, ja, weil es auch wieder von der gesamten Verpackung her so aussieht, aber, da bin ich jetzt natürlich auch mal gespannt, ob das Ganze vielleicht so riecht. Nee, also das ist, glaube ich, dann doch eher, das ist, glaube ich, Goldman oder sowas könnte das auch sein, ne. Ich weiß es nicht, weil der Name verrät es mir nicht tatsächlich dieses Mal. Das ist ein ganz schöner Duft, ja, der hat eine gewisse fruchtige Note, der hat so ein bisschen was Vintage-artiges im Hintergrund, deshalb auch Goldman, weil Goldman war halt so eher so ein klassischer Herren- oder klassischer Unisex-Orientale, würde ich sagen. Und das hier, ja, ist dem ganz schön nachempfunden. Den finde ich auch ganz cool, muss ich sagen. Den finde ich auch ganz cool, ja, weil der auch eben von dieser Machart her gut ist, ja, aber es ist jetzt nicht so, dass man das Gefühl hat, das ist irgendwie ein Klon von irgendwas. Also, das könnte auch gut was Eigenständiges sein. Den finde ich tatsächlich auch sehr, sehr schön, muss ich sagen, ja. Ja, muss man aber auch mögen, also wenn man nicht auf diese, wenn man nicht auf diese Vintage-Stifte steht, dann wird es, glaube ich, schwierig, weil das hat schon echt, puh, eine sehr, sehr, sehr dreckige Unternote auch, was die ja alle hatten. Aber trotzdem muss ich sagen, ja, der gefällt mir auch ganz gut. Okay, also, zunächst mal grundsätzlich, ich finde es nicht gut, dass die so aussehen, wie die aussehen, ja. Man hätte ja zumindest irgendwie ein bisschen Respekt wahren können und sagen können, okay, wir machen eine Verpackung, die sieht jetzt nicht ganz so ähnlich aus, so wie das alle anderen Hersteller machen. Auf der anderen Seite ist es dann natürlich marketingmäßig sehr, sehr clever. Das muss ich auf jeden Fall sagen, dass die Düfte einfach so aussehen wie das Original. Finde ich persönlich aus einer Marketingperspektive sicher sinnvoll, aber es ist einfach dreist wie die Hölle. Machen wir uns mal nichts vor. Und da muss man auf jeden Fall auch sagen, das ist schon arg polarisierend. Deshalb auch für mich persönlich, ganz ehrlich, so das Feedback. Die meisten dieser Sachen würde ich mir wahrscheinlich nicht kaufen. Ich würde mir sowieso keine Klone kaufen, weil ich ehrlich gesagt ein riesiger Fan davon bin, das Original zu tragen. Das habe ich euch ja auch schon gesagt. Nichtsdestotrotz sehe ich natürlich auch den Bedarf, dass manche Leute hier auch sich gerne Klone kaufen, weil sie einfach nicht das Geld für das Original ausgeben wollen oder können. Und deshalb kann ich euch auch ganz ehrlich jetzt mal ein kurzes Feedback geben von den Sachen, die mir wirklich am besten gefallen haben. Am allerbesten, muss ich sagen, haben mir gefallen der Toscano Leather und der Woody Wood, ja. Wo man natürlich sagen muss, das ist natürlich auch was, das kritisiere ich bei Tom Ford schon seit Jahren, dass die Flakonqualität einfach Rotze ist, ja. Also ich will nicht für einen Duft mehrere hundert Euro ausgeben und dann eine Plastikkappe bekommen. Ich finde, das gehört sich einfach nicht. Da muss man irgendwie was machen, dass es ein bisschen hochwertiger aussieht. Und deshalb finde ich es gar nicht mal so verkehrt, dass man zeigt, dass man für einen 20-Euro-Duft eben sowas hier bekommen kann, wo sogar eine Metallplakette drauf ist, ja. Wie gesagt, den Tuscan Leather-Klon finde ich sehr gut. Der liegt irgendwo so zwischen La Jukawam und diesem hier, also quasi ein bisschen fruchtiger als ein normaler Tuscan Leather. Den Oud Wood-Klon finde ich persönlich auch ganz gut. Allerdings merkt man hier schon, dass der auch ein bisschen Schärfe hat, was viele Klone eben haben. Nichtsdestotrotz muss ich auch hier sagen, ist die DNA von Anfang an quasi da. Was bei vielen erst so nach ein paar Minuten kommt, ist hier von Anfang an da. Deshalb auch von dieser Stelle her schon mal gut. Und dann die beiden, die mir auch ganz in Ordnung gefallen haben, sind tatsächlich der Brüllon-Oud. Also ob das jetzt Goldman oder Jubilation 25. Ich glaube nicht, dass es Jubilation 25 ist, aber es wird, glaube ich, Goldman sein. Der hat mir tatsächlich noch so mit am besten gefallen. Und dann eben auch der Infini-Oud, also Oud for Greatness, hier als Alternative. Die beiden haben mir tatsächlich dann auch ganz gut gefallen. Die würde ich auch mit dazu nehmen, auch wenn sie nicht so gut sind wie die beiden Tom Ford Tuscan Leather und Oud Wood-Klone. Ja, ansonsten haben wir hier sehr, sehr viel dreistes Plagiat am Start. Das möchte ich an dieser Stelle nochmal sagen. Ich finde das eigentlich nicht gut. Hier habt ihr meine Meinung zu den Düften. Ich würde also nicht empfehlen, die blind zu kaufen. Es sei denn, euch ist das Geld wirklich völlig egal. Und ihr möchtet riskieren, dass ihr einen Klon kauft, der nicht so riecht wie das Original. Auch wenn er so aussieht. Aber hier an dieser Stelle muss ich sagen, sind jetzt von diesen sieben Düften oder wie viele ich hier hatte, sind zwei richtig gut und zwei sind ganz gut. Und der Rest würde ich jetzt persönlich nicht das Geld für ausgeben. Und ja, das ist eben mein Fazit zu diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und natürlich würde ich mich auch freuen zu hören, wie denn so eure Meinung zu diesen Düften ist. Habt ihr sie schon getestet? Was haltet ihr allgemein von dem Thema? Seht ihr das genauso kritisch wie ich? Und wie sieht es aus? Ansonsten macht euch noch ein schönes Wochenende, Leute. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Bis dann, euer Kai.